ich hab ihn gekillt dann halt du also ich bleibe oben durchs Fenster und treffe AC ich wollte gerade mal Fraps anmachen für die Mission hier 3 8 er hat er gegenseitig bekommst du er ist klar er ist für die Welt er wird sein oder wie sollte er auch gebraucht er da ist doch ein Gegner Keiner? Keiner? Da war keiner, nein. Verdammt. Ich darf nix sagen. Ach, das hat's gut. Die Nate war super geworfen, wenn sie Gegner gewesen wäre. Boah, vielleicht irgendwie keiner. Fuck! Mann! Warum werde ich jetzt grade in MySewan geschrieben? Äh, Facebook. Wo ist mein Handy? Machst Facebook aus? Hey, ich bin ja neben einem Internet drinnen. Machst du einfach aus? Nein! Du bist so'n Held. Ich bin auch so wie Skype. Ich würd's einfach ausmachen. Du musst übrigens irgendwie noch mal einer legen und so, ne? Ja, ja, Eskorte ist da. Eskorte in der Hut. So, Eskorte, jetzt mach mal was hier. Tote. Der ist hinten. Ja, da, wo du hingeguckt hast. Sechs Sekunden. Fünf. Ich würd's sagen, es ist vorbei. He, man sieht eigentlich, Alter. Er schießt einfach. Er schießt einfach. Er schießt einfach. Er ist ja sein können. Ich bin umgeben von Idioten. Er ist voll nicht so schlecht, ne? Er ist so schlecht, ne? Er ist einfach im Rauch rumgeballert und ... Er ist im Ursprung des Rauches. Er ist ja sein können, ne? Ich renne grad durch die Ganzkörperkontrolle da durch. Und dann kommt der ... ... Trittbrettfahrer. Ach, lol! Ach, lol! Ach, lol! Oh, lol! Fall nicht, das jetzt nicht! Ey, das ist so unmöglich! Also wenn AC-DC mit seinem ... Ey, die ganze Zeit nur Headmarker. Mit seiner Famas gar kein Makro drauf hat, dann weiß ich auch nicht, ey. Das Bro, diese Söhne rumgehockt, da oben bringt dir sowas von gar nichts, weil hier die blöden Flugzeug drin sind. Echt, ey? Also das bringt vielleicht ein Ziel, das mit Spaß, aber nicht jetzt. Fuck! Und dafür explodiert er das ganze Ding. Ach so, hast du gerade selbst mit Natten-Tätig gespielt? Komm, deine Mutter! Nein, das soll nicht, Mann! Das kann gar nicht sein hier! Paradise, du musst es jetzt reißen! Oh! Ey, wir spielen gegen so Leute, die rumlaufen, ne? Nicht gegen KISS! Oh, Gott! Oh, Mann! Oh, Mann! Ist doch sinnlos! Wenn schon keiner die Bombe mitnimmt! Ehrlich! Jetzt kommt mir mein Glücks-Nade! Die bleibt dort liegen, die sind sicher! Ja, ich merk schon! Habt ihr noch nicht gemerkt, dass immer von unten da einer kommt? Mann, 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 Mann! Mann, 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 Mann! Ich bin mein Hand gefrackt! Ja! Gefrackt von unzertrennlich! Mit nem rosa oder roten Sniper! Ach ne, das bist ja du! Okay, ich muss dann mal, ne? Jo! Ja! Tschü! Okay! Ach, Leute! Deckt mir doch mal nen Rücken! Ehrlich! Wie kann der so weit vorne sitzen? Ich bin dann auch mal weg! Alter, Schwede! Der wird zu 4! Wieso spielen wir eigentlich 4 gegen 4, wenn 3 bloß verteidigen sollten? Äh, weil der gerade in der Gang ist! Aber warum sind 4 gegen 4? Ich meine, guck dir an, Alter! Wenn der kein Makro drin hat, dann weiß ich gar nichts mehr, ey! Aber warum sind 4 Verteidiger drinne? Wir spielen jetzt ganz normal, Leute! Auf geht's! Wie ganz normal? Ganz normal hat er gesagt, ja! Ne, Team Deathmatch oder was? Nein, immer noch Search & Destroy, wie du siehst! Ach so! Ganz normal halt bloß! Aber ganz normaler War sozusagen! Wobei da die Teams wahrscheinlich bisschen assi sind! Bei Aiser, der hat Zirpel glatt schon! So! Ich weiß nicht, aber schlecht! Ja, Alter! Ich bin nicht so gut im Sniper! Sterben ist aber nicht schlecht, zeig ich dir! Ja, aber nicht geblendet! Boah, was?! Was soll das denn?! Warum hab ich dich nie getroffen?! Ich glaub so! Ja, ich hab auch nicht geglaubt können! Ja, siehst du ja auch! Aber wo die aufgestellt sind, ne? Wenn man jetzt grad mal so guckt! Rocket Town? Ich hasse das mit der SCAR hart zu spielen! Ja, das wechselt die Waffe! Ja, das wechselt die Waffe! Wenn das Running ist, blöd los! Tock! Hey! Okay, dann ab jetzt was! Der ist irgendwie ngang oder nicht Multiplebullet 풀! Der kommt jetzt gleich rechts oder über dir! Wer kommt jetzt gleich rechts? Über dir! Über dir! Über dir! Ey, ich muss wieder Runner spielen, das geht gar nicht mit der blöden Scyper. Da kommen zwei Stecklein, da kommt noch einer. Ja, das seh ich auch grad. Den Ener hat er nicht. Ener fehlt ja noch. Ja, der wird used jetzt. Wenn er's mal gebacken kriegt. Oh Gott! Findest du sie, Bimbo? Aber vor allem, was für ne Nummer! Ja, 232323232323! So, wer nimmt jetzt die Bombe? Wollen wir den vielleicht in ein anderer TS wechseln? Wollen wir eh ganz normal zocken? Warum, wir sind doch eh schon den eigenen Channel. BOO! BOO! FACK! Man! Ja, man! Ich war's dann, oder? Was ist das? Das ist gar keine Blink gewesen, ich war's dann. Bist du hab ich einfach nur hängen geblieben an der Ecke. Musik ist gänzlich unpassend. Alter, ich hab gar nicht so schlecht getroffen, warum ist sie so nicht gestorben? Weil das noch 2-3 Treffer zu wenig waren. Wir verlieren grad, übel. Guck mal, wir haben ja nicht getroffen, Alter. Wir wollten ja auch eigentlich 6 gegen 3 spielen, nicht 4 gegen 4. Ja, deswegen spielen wir jetzt anscheinend normal. So, ich hab 2 MP. Jetzt spielen wir wieder 5 gegen 3. Deine Mutter, nobie! Oh fuck ey, ich bin an der Kante hingeblieben, so ne Kacke. Och nö! Treppe, 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 Line Treppe! Das kam zu spät. Wer auch genau weiß, wo ich stehe und in welche Richtung. Wer ist diese Show-Ray, den kenn ich gar nicht. Der Neuen Clan? Können wir irgendwie zusammenlaufen und nicht mal alle irgendwo hin? Das wär echt super. Doch. Aber zu bliechen ist immer schwer. Nein, einer rechts den Gang! Rechts den Gang? Da genau der! Rechts! Oh, da ist einer, äh, äh, da ist einer. Oh, ja! Ja, ich schieße doch, aber der trifft noch besser Der macht mich mit den Eischuss tot, das ist total unrealistisch, aber naja Ah, dafür weiß man ungefähr was abgeht, ne? Ne Nein, ich bin zwei Plätze hübte gesunken Ist gut Jagt sie hoch One mail up User left your channel Pfff, oh hei Halt Halt Hahaha Ach, den ein Recawl ohne Scheiß Ey, ist die die Schwennen? Ja, also ich... Steffen? So wie ich das gesehen hatte, da ist ja garantiert ein Makro drin, Alter Nein, nein, der schießt die Runde scheiß so schnell Alter, guck sie in Zeitlupe an, so schnell kriegst du nie im Leben hin, das sind etwa sechs Schüsse oder so Das kriegst du nicht mal mit einer Automatik hin Ich meine, hallo? Nee, das glaube ich schon, der schafft, der schafft auch mit dem neuen Anwürfen so schnell Das Ziel zerstellen Wir haben die Wunde Werfen auch Kranat Wer ist denn die Mission? Du bist als einziger Übel? Willst du ihn nicht einfach töten? Hehehe So schlecht, Mann, das gibt's gar nicht So, ich sniper wieder, keine Lust mehr Okay, das nächste Mal gehen wir bitte geschlossen durch die Mitte und schleichen uns dann irgendwie zur Auge rüber Genau! Für einen Treffer merke ich, der zweite ist schon tödlich Bei der UMP Ja, UMP ist aber Podium Also ich krieg niemanden nicht mit zwei Treffer und tot Polo-Visor brauche ich drei Polo-Visor brauche ich drei Durch die Mitte, durch die Mitte, durch die Mitte Vorsicht! Achtung im Flugzeug, das ist Churney Wer ist das? Down Uiuiui Auf jeden Fall hab ich ihn down Im Haus In der Horde? Stefan überhaupt hier? Da, da links, liegt links! Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, hehehehe Pass auf, von hinten, von links Ja, pfff Bin ja noch beim Platzieren und geflasht, was soll ich denn da machen? Da muss aufstehen und messern und alle töten So wird's gemacht Bumbe entschärft Wir haben die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei So, jetzt reicht, jetzt hole ich mir diesen Churney oben im Flugzeug Na los, streck deinen Kopf her Ure Hat nicht so geklappt, oder? Wo ist er? Bei mir sind nämlich immer noch nicht da drin Er ist im Cockpit drin Vorsicht, Vorsicht, Line Loi, du brachst echt nur zwei Schüsse Ja, das ist totaler Rotz Also im Public Game brauche ich's nicht Da brauche ich vier bis fünf Treffer Da brauche ich vier bis fünf Treffer Wow Hast du ihn gehört? Da Pass auf, von rechts, von hinten kommt da noch einer, ne? Nein! Ich konnte mich nicht hinlegen, scheiße Sorry Nein Ist doch Nein Ja Natürlich Siehste, da kommst du durch jede Wand in dem Spiel Einfach durch jede... Alter Alter Es war ne... Es war ne Stahlmauer Oder Beton Oder weiß ich nicht Hast du Stahlbeton normalerweise an der Stelle? Ja Braschen Junge, hör mal so klein Wer interessiert die Mauer, wenn man weiß, wo er hockt, ne? Scheiß auf die Mauer, die holt's nicht um! Wollt ihr noch weiterspielen? Äh... Was ist jetzt, jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Also es kommt auch an, wer jetzt, ob wir jetzt noch kurz sind, Tina, um, weiter zu spielen Wollt ihr, das kann man noch unterspielen? Pff, ey Äh... Äh, Johnny kommt nochmal, oder wenn ich's ja gerade sehe Ja, also, ich hab jetzt bloß noch einen Bogen, dass er keine Lust mehr hat, anscheinend Ich spiel Skidro Spring Kommando Alles was Ja, gut, eine Runde geht noch Ja, gut, schon nochmal nach Was wolltest du denn suchen? Ja, ich hab dann nochmal eine Frage zu uns am Forum Garantiert kein Dill, du! Ich kann mal, Mann User will user love your channel So, mach mit aber mal anderen Teams, würde ich mal sagen Ja So, mal gucken, wie machen wir am besten Ähm, also auf jeden Fall, ich weiß ja nicht genau Ähm Ähm Ich denk mal, ich will Desi und, ähm, also Lumbini erstmal auseinander auf jeden Fall Hm So, ähm, das ist die Frage, warte mal kurz überlegen Ähm, ich denk mal denn, Dominic, ähm, also Wurschbrot, würde ich, also Wurschbrot, wenn möchtest du, also Wurschbrot, wenn möchtest du gerne hin? Mönch, Mönch, also Wurschbrot, oder? Mönch, 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 Mönch zu ECDC und Schorne kommt auch zu ECDC so dann kommt noch Whitey zu mir und die anderen beiden gehen zu ECDC Abgrundlein so passt auf ihr geht zuerst hier oben wir gehen zuerst hier unten Geh klar ok User left your channel User was moved out of your channel User was moved out of your channel wirklich User joined your channel Ben oder Felix er möchte zu uns im Team also zu meinem Team ich würde noch mit drüber weckeln User was moved out of your channel User left your channel war das dein oder wer war das ne das war jetzt Felix ich bin noch hier ah ach stimmt Huntray